Ich hab ja mal, ich, oh scheiße, ich hab jetzt die L-A-80 gekauft, neuer Sniper. Hinter dir! Warte, hinter dir. Zurück, zurück, zurück. Nein, doch, hab ich noch gekriegt. In Sir Sir's Jinx oder so. Autsch, da steht irgendwo... Oben steht einer auf dem Pfosten drauf, irgendwo. Ich weiß aber halt nicht, wo. So, aus Spawntwegen sitzt du direkt am Haupteingang. Gut. Ich geh mal zu A und versuche A zu... zu halten mit. Ja, das hab ich heute wieder in Deutsch, das ist ja nicht mehr schön. Halten mit. Und wieder. Oh, hinter mir. Ist ja auch so unübersichtlich hier alles, finde ich gerade. Der ist halt wieder relativ viel los. Ja, das ist aber nicht gut für dich. Ja, ich will jetzt sagen wir's mal so. Dann ist es gut. Na, jetzt komme ich um die Ecke, dann kommt der von hinten. Wir hießen das. 24 bis 48. Auf beiden Seiten. Ja, wenn's weitergeht, müssen wir mal gucken, wie wir weitermachen. Bam. Sag ja, zum Glück sind wir jetzt noch bei der Aufnahme, weil dann haben wir morgen mehr Freizeit. Dann passt das wieder. Oh Gott, jetzt sind's aber wirklich viele geworden. Das ist jetzt wirklich viele geworden sind. Die uns hier ärgern wollen. Wegen Großbritannien, engländischer, das Ding hat es eingenommen. Nee, nicht kämpft. Oh, fuck. Was wir nur wissen, du. Weiß ich, beschieß ihn. Und dann habe ich gedacht, ich habe ihn getötet, habe ihn aber nicht getötet. Man bleibt ja einfach sitzen. Dann kann ich ihn noch, dann hat er sein Schutzschild angemacht und dann habe ich ein Gemesser, das Schutzschild weggemäßer und dann nochmal totgemässert. Das ist für ein komisches Typ. Ja, eben Level 65, das war ja schon traurig. Level 65er. Eingehende Operation, was müssen wir machen? Eingehende Operation, fichtschau mal, was jetzt kommt. Auf jeden Fall ist kein Kürbis mehr. Ja, das wäre schön, auch für mich. Ich will die letzten vier Kürbisse dann zu ergattern und dann, naja. Nee, nee, holt nicht mehr. Oh, scheiße, Granate. Da müsste ich nur nicht mal aktiv irgendwas haben. Ich müsste eigentlich nur auf den Kontinent gehen und die Kürbisse dann wieder abstauben. Na, du musst einfach nur warten, bis die zwei Stunden rum, äh, die Stunde rum ist. Dann weißt du, wenn ich mal so lang wäre. Da bin ich ein bisschen mit der Schwertrandung rum. Ah, Mist. Hat er mich doch noch gesnackt. Mann. Mir fehlen jetzt nur noch 61 Kills, also. 61 mit dem Kommi. Ach so, für deine Auraxium-Kommi. Also, dass die auch Auraxium hast, sag mal so. Ja, ich schätze mal, bis nächste Folge, bis zur nächsten Aufnahme schaffe ich es. Ja, ich hab ja mal, ich, oh, scheiße, ich hab jetzt die LA-80 gekauft, neue Sniper, Geradzug, brauch ich auch ja noch, muss ich auch noch komplett machen. Ja. Und die hab ich mir jetzt letzte Woche für 1000 Serts gekauft. Wie viel hast du denn noch? 1000, jetzt wieder. Der ist gut. Ja, 1200. Ich muss ja auch für die Ding sparen, was ja. Ja, ja, richtig. Ja. Das werden wir mit Feuerwerks, ähm, Raketen rum. Genau, um nur ein bisschen Steven erlang. Also, Dark Blue. Alter, das Ding müssen wir doch jetzt kriegen. Die Waffen sind einfach zu... Hä? Red October? Was wär jetzt blöd, wenn jetzt Red October hier noch antanzt. Warum? Weil die grün sind, amerisch. Na ja, gut. Dann gehen die hoffentlich alle nach amerisch. Wir können uns hier schön austoben. Ich glaube, ich... Naja, wir liegen bis jetzt bei 38% im Vorteil. Also, die Mission gewinnt, dann haben wir Glück. Er kriegt mit 10.000 Punkte. Dann bist du noch so lange online? Zwei Stunden? Weiß nicht, was sehen. Morgen ist nichts Wichtiges, also... Ach, Rache Kill Assist. Nur Assist? Oh, Mann. Ja, sowieso, der kommt da, also... Hausaufgaben hab ich sowieso nicht auf, also... Ja, Alter, da kannst du zocken. Nee, eben hab ich noch jede Menge... Wird erst nach sechs nach Hause gekommen, dann also... Man, du warst ja unterwegs eine Weile. Ja, die Ding-PTW ist auf die Distanz kacke. Junge, was hat denn der... Hä? Ich kenn mich irgendwie immer. Wir brauchen ein Update für das Update. Man merkt's irgendwie. 48 bis 96 Feinde. Ja, die ist mir... Irgendwie haben wir immer das Glück, dass die sich dann vermehren, wenn wir... Alter, ich schieße auf... Ja. Nennäßchen. Dass die sich dann vermehren, wie die... Schmeißfliegen. So, ich hol mir mal ne Max, weil da ist ja Anti... Da ist ja R. Passt du auf. Oder... Max. Max. Die Scheiß-Mossi-Da-Mal-Weg-Mann. Ja. Aber weißt du, was das Gute ist bei diesem Update? Ähm, sie haben mal keine Waffen genervt. Wär's doch gut. Ja, sag' ich, das erste Update seit lang, dass sie mal keine Waffen mehr genervt haben. Ja, auch als Max kommen? Nö, die... Die Lip ist weg. Es war nur eine, die den Sandy behaft hat. Ich tue jetzt auf, ähm, Anti-Personen-Max um... ...umschwenken. Mit Streukanone und Falke. Und... Da beschießt mich schon einer. Äh, ja, habe ich gemerkt mich auch. Geh du als Max mal vor. Wo ist denn der? Also, oben sind das... Äh, da sitzt er. Aber die Falke macht so gut wie kein Damage an Personen. Was? C4. Oh, Jesus. Äh, Gott, das ist die Max auch weg. Ja, warte, ich will mal Sunny. Jetzt ist es Kriegste, das sind doch viel zu viele. Okay, Sandy ist weg. Äh, das Bomb-Begen ist auch weg. Gut. Dann haben wir dann... Sollen wir es abbrechen hier oder wollen wir... Sollen wir zum, äh, Verstärkerstation gegen Vanus dann vorwaschen? Bei Not Research Camp? Das ist genauso. Wo dann gehen wir zu Not Research Camp? Weil der sagt, da sind wir im Vormarsch. Da kommen wir jetzt nicht weiter. Und bevor es bei dir auch anfängt zu lecken, ist es ja auch nichts. Wie, weißt du, das witzige ist, genauso viel los. Echt? Unten. Ja, 24 Jahre eben waren es aber 96 oder nicht? 48, 96. Äh, es ist aber auch wieder runtergegangen. Hast du? Was, was machen wir? Flurry? Eraser? Mir kam, Panzer? Äh, Eraser und... Fury drauf. Okay. So kann man suchen, oder? Ich hab keine Fury auf dem Wasser. Ich hab mich kommen. Was war... Jetzt hat einer ein Fahrzeug gespawnt und ich bin über die Spawn-Plattform gelaufen. Ah. Klasse. Also das sollte man nicht tun. Tun, nicht, nicht tun. Komm mit, kannst du hier oben her. Kommst du rüber? Kannst du oben nicht durchlaufen. Komm hoch. Hä? Komm mit. Sein Weg außen rum. Achso. Das ist Jump Pets. Ja. Hast du den Test-Server? Nö. Aber ich hab gehört irgendwie, dass der automatische Geschütze jetzt irgendwie... Ja, das sollte demnächst kommen und, äh, IGNAM. Ne, sind schon außen. Sind schon außen für die Admins. Achso. Also hier haben sie jetzt schon platziert. Platzieren dürfen. Können. Wenn man's auch so ausdenken will. Warte unten. Ja, aber nicht auf dem Fahrzeugspar. Ne, aber auf jeden Fall IGNAM sieht ja richtig scheiße aus. Muss ich ehrlich zugeben, das ist scheiße. Da hinten sind wirklich Bullshit geproduziert. Was ist da wirklich absoluten Bullshit gemacht haben mit dem neuen, ähm, Gott. Welch bei mir schon wieder überfahren war. Mit was? Äh, mit dem neuen Biolab-Modul. Also nicht Modul, sondern Form. Achso, einmal den Schilden, ja. Mit, ne, ich bin schön mit dem Jumppelz, die weggemacht, und dann nur Beamer. Shit. Stehenbleiben? Also nicht stehenbleiben. Was war? Wie, heute hat man echt Pech. Ach, dann schauen wir den Typ hier an. 2455 Zertifizierungspunkte. Nein, nicht Zertifizierungspunkte, die, 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 die Skillpunkte. Auszeichnungs, ja. Ja, auszeichnungs. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 1045 cm.